So, hallo liebe Community und heute mal kein Tutorial, ein Guide mehr oder weniger und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht mal hier so ein bisschen anfänglich zeigen kann, man landet ja hier auf dem Planeten mit dieser Kapsel und dann sollen wir ja anfangen hier irgendwie was zu bauen und großartige Dinge zu vollführen und ich habe jetzt schon ein paar Tage das nicht mehr gemacht, aber ich würde sagen, ich probiere es mal euch so gut wie möglich an die Hand zu nehmen und euch das zu zeigen, wie ich das jetzt hier mache. In erster Linie ist es wichtig, die Base nach der Sonne einigermaßen zu orientieren, sprich, wenn die Sonne hier jetzt im Osten aufgeht, habe ich jetzt hier diesen tollen Berg vor mir, dass ich quasi eher ein bisschen weg von diesem Berg gehe, aufgrund nachher meiner Solaranlagen. Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass ich hier in diesem Bereich meine Base aufbaue, in die Richtung da meine Solaranlage ziehe, dass die halt frühzeitig an Sonne kommen und dementsprechend auch Strom produzieren. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen hier mal die ganzen Truhen auf, die wir haben und zwar brauchen wir als erstes ja unsere Strukturen. Die finden wir hier. Habe ich hier irgendwas drin? Ne, ich habe hier keinen freien Platz, ne? Nö. Ja, aber einfach mal so sich ein bisschen drehen ist auch schön. Also, wir brauchen die Iron Frames als erstes, natürlich. Wir können dann auch theoretisch gleich die Iron Sheets mitnehmen, um das Ganze gleich zu verschweißen. Das heißt, wir setzen uns hier die Iron Frames einfach mal so ungefähr hin, oder? Hätte ich gesagt, so. Na, ist noch ein bisschen Eisen, das lassen wir liegen, das schweißen wir nicht ein. Ich gucke eigentlich immer, dass ich hier so fünf breit mache. Und dann nochmal fünf rüber. Habe ich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, jo. Also, ich zähle von dem Eck direkt aus. Dann müsste es, glaube ich, auch mit den Sheets hinhauen, mit den Frames. Ich will natürlich nicht gleich, na, alle verballern, weil wir brauchen nachher noch welche auf jeden Fall. Äh, diese Flares können wir uns mal weg tun, die brauche ich jetzt nicht. So, dann den Schweißbrenner her. Und da schweißen wir die ganzen Dinge mal auf Stufe 1. Also quasi, dass das erste X entsteht. Spart euch am Anfang einfach ein bisschen diese Ressourcen. Ein herrliches Geräusch. Ich würde es euch auch empfehlen. Ah, wartet ganz kurz. Muss ich nicht so laut schreien, wenn wir jetzt hier mal kurz fertig machen. So. Ich würde es euch auch empfehlen, auf dem Mars zu starten. Der Mond soll nochmal ein bisschen leichter sein, weil man halt wirklich keine Atmosphäre hat. Aber ich bin da gemischter Gefühl. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sage ich, hm, Mars finde ich fast einen Ticken noch leichter. Aber das ist auch immer so ein bisschen Ansichtssache. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal unsere, ähm, ja, kleine Base. Ich lasse das einfach mal hier stehen. Da könnt ihr einfach mit E hin und her switchen da unten und dann mit T quasi das Ganze ablegen. Dann brauchen wir unsere Automaten. Die Automaten haben wir hier. Wir brauchen einmal die Autolade auf jeden Fall. Wir brauchen die Schmelze auf jeden Fall. Packen das Ganze schon mal hier rüber. Ich hätte auch die ganze Kiste gleich schnappen können, theoretisch. Aber dann ist es immer so eine Sache wegen Sturm, dass der uns die Kiste dann nicht wegwedelt. Deswegen lasse ich die am Anfang noch hier und, ähm, später werde ich die dann drüben fest installieren. Was haben wir hier? Solar Panel Basic. Ja, ja, bringt eigentlich nicht viel, aber wir nehmen es mal mit. Besser als nichts, würde ich sagen. So, ich schmeiße das alles mal hier hin. Dann haben wir ja hier auch nochmal, na, spring doch hoch, dieses Solar Panel in unseren Taschen drin. Das kann man hier richtig schön hinstellen und aufklappen. Batterietechnisch, wie sehen wir da aus? 91, jawohl. Da haben wir ja noch zwei volle Batterien. Die brauchen wir noch nicht, die Sachen. Portabler Generator brauchen wir auch noch nicht. Scrubber auch noch nicht. Das ist alles irrelevant. Vent brauchen wir auch noch nicht. Die Wall, ja, könnten wir eigentlich schon bauen, brauchen wir aber theoretisch am Anfang auch noch nicht. Die Doors und so. Das Aktiv-Vent wird ja nachher erst interessant. Den Charger brauche ich auf jeden Fall. Die Batterie latsch, nehme ich mal mit. Die Ventile und die Türen und so weiter, das wird ja nachher erst interessant, wenn wir wirklich zubauen, unsere Schleuse bauen und so weiter und so fort. Empfinde ich aber als Start gerade jetzt auf dem Mars noch ein bisschen als unnötig. Die packe ich jetzt einfach mal hier rein, dass er aufgeräumt ist. So, den packe ich auch mal hier hin. Jetzt fangen wir an, den Solid Generator aufzubauen. Ich teile das immer gerne so ein bisschen in Ecken auf. Also ich habe immer so ein bisschen gerne meine Sortierung, mein System. Das heißt, hier machen wir so ein bisschen Stromgedöns. Die Autolade baue ich jetzt einfach mal hier rüber. Stellen wir uns hier hin und unsere Furnace baue ich jetzt einfach mal hier mit hin. Dann fällt alles schön nach hinten raus. Das hast du gut gemacht. Dann machen wir da noch so ein kleines Auffangbecken quasi hin. So, aber es ist ja jetzt bloß so. Natürlich ist es jetzt so, ich habe das ziemlich weit auseinander gebaut. Ja, wir brauchen viele Kabel dafür, keine Frage. Das Ding können wir auch nochmal noch schnappen und das bauen wir uns einfach hier hin, diese Ladestation. Und dieses Solar Panel bauen wir uns jetzt einfach mal hier mit hin. Da gibt es ja einmal diese, die gewinkelt sind und die flach sind. Ich würde jetzt am Anfang die, die flach sind benutzen. Ich habe das Empfinden, da bekommt man ein bisschen mehr Energie raus als aus den gewinkelten. Wir brauchen jetzt als nächstes noch dieses Glassheet. Da tun wir mal jetzt hier diese Tracker Karte rein, diese Pille. Den Atmo können wir hier reinschieben schon mal, da haben wir dann nochmal einen Platz frei. Das behalten wir bei uns und wir nehmen uns jetzt noch das Glassheet raus, Plastiksheet und was haben wir hier? Die Wall. Können wir auch gleich mal mitnehmen. Ist übrigens Alt-Taste gedrückt, dann habt ihr die Mauszeige frei, bloß als kleiner Hinweis. So, das ist schon sehr weit auseinander gebaut, finde ich. Die Autolace, die gefällt mir nicht da drüben. Halt, die Wrench brauche ich dafür. Das ist wirklich ein bisschen zu großzügig gebaut. Die stellen wir uns jetzt erstmal hier mit hin. Wir können es ja jederzeit umsetzen, aber da brauchen wir echt abnormale viele Kabel dafür. Wäre sinnfrei. So, dann bauen wir jetzt die Autolace erstmal fertig. Wir brauchen dafür Iron Sheets, die haben wir ja. Dann brauchen wir den Schweißbrenner. Oder? Schweißbrenner war es, ne? Ja. Dann Cablecoil. Und was wäre es noch? Plastiksheets, die haben wir ja auch zufällig schon dabei. So, da wäre die fast fertig. Ja, das möchte ich nicht. Und zwar brauchen wir noch einen Schraubendreher. So, da steht die. Die ist auch schon fertig. Der ist fertig, das ist fertig. Wäre das Solarpanel quasi noch. Da brauchen wir ein Glaspanel. Dann wäre das auch schon fertig. Und dann werden wir das Ganze mal anschließen. Hier hinten ist der Stromausgang. Kommen wir hier durch mit dem Kabel? Jo. Das ist quasi jetzt so unsere anfängliche Stromzufuhr. Dieses Ding. Wird dann mit Kohle bestückt. Und dann ab dafür. Macht auch ziemlich gut Strom, finde ich. Also ich habe die in meiner Base, habe ich die auch verbaut. Zusätzlich nochmal zu meinen ganzen Solarpanels, habe ich die nochmal verbaut. So, dann hätten wir das und dann hier hinten das Grüns noch anschließen, war der sein Ausgang. Das ist Daten. Strom ist hier vorne. So, nice. Dann hätten wir das Ganze schon. Jetzt würde ich sorgen, können wir hier schon mal so ein bisschen die Wände einfach mal dran setzen. Wie gesagt, Solar kommt alles nach draußen später, genauso wie der Generator. Die Furnace kommt eigentlich auch später raus. Ich würde jetzt einfach mal hier vorne anfangen, dass wir da auch eine Schleuse bauen können. Hier ein bisschen schön mit Glas, möchte auch ein bisschen was gucken. Und das ziehen wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen provisorisch lang. Müssen wir das Ganze ja noch nicht fertig bauen. Bloß einfach mal so, dass wir ein bisschen eine Vorstellung bekommen von dem Ganzen. So, hier vorne würde ich sagen, machen wir dann die Schleuse hin. Da kommt hier die eine Seite hin, da die andere Seite. Und hier ziehen wir dann quasi nochmal hoch. Das heißt, die eine Fensterei kann ich mir sparen. Ja, das geht natürlich das aus. Das ist dieses eine Auffangteil hier hinten. Das muss ich nochmal abbauen. Das war jetzt... Das ist immer schön, wenn man ein Tutorial machen möchte. So Starterguide und dann selber kurz ein bisschen ins Wanken gerät. Aber so ist es halt. So, das Fenster nochmal weg. Das Fenster nochmal weg. Das bringt uns dann nichts. Das ziehen wir gleich wieder hier oben hin. So, dann wäre schon mal der Grundstein gelegt. Wie gesagt, hier kommt dann nachher... Das können wir auch schon mal zuschweißen. Kommt dann nachher die Tür rein. Und hier machen wir dann quasi noch zu. Dann müssen wir auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen Farming gehen. Würden wir jetzt schon mal gerne die Tür holen. Die hier irgendwo auf jeden Fall schlummert. Das weiß ich. Da. Die Batterien können wir theoretisch auch mal mitnehmen. Die zwei kleinen. Dann können wir die nämlich schon mal hier rein tun. Das Ganze schalten wir noch nicht ein. Weil das ist jetzt glaube ich auch so, wie ich das gebaut habe. Weil ich ja keinen APC habe. Den sollte ich nämlich auch noch holen. Weil wenn ich es jetzt quasi benutze, werden die Batterien ja leergezogen von der Autolace und so. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee, ist falsch, was ich gesagt habe. Das ist ja ein Charger ist. Blablabla. Power Control. Ja, genau. Das hätte ich gerne noch. So, und die Power Control würde ich sagen, setzen wir uns jetzt einfach hier hin bei den Verbrauchern. Das heißt, wir bauen das Ganze nochmal um auf die Schnelle. Die baue ich kurz hier vorne rein. Da sind wir die nämlich los. Könnt ihr jetzt hier auswählen, welche ihr schöner findet. Die oder die. Sagt Stopp. Okay. Machen wir die. Immer mit den Anschlüssen nach innen. Ihr wisst. Das habe ich ja im Greenhouse-Tutorial schon gezeigt. Und zwar baue ich das jetzt so rüber. Das ist mir sinnvoller. Das Ganze wieder so rum verbinden. So, und dann setzen wir nämlich hier diesen LPC, den ich jetzt glaube ich schon umgestoßen habe. Den setzen wir uns hier hin. Den können wir dann mit dem Brecheisen aufmachen. Ich habe ihn auch noch wieder auf den Kopf gestellt. Man möge mir verzeihen. So, und da ballern wir nämlich hier die Batterie auch noch mit rein. So, dass wir noch so ein bisschen Reststrom bzw. Strom auch in der Nacht haben für unsere Produktion. Das ist der ganze Hintergrund, dass quasi die Solarpanel, das Solarpanel mehr oder weniger das Ding lädt, die Batterie hier, diese Large Batterie und unser Fuel Generator das auch noch mal lädt. Und wenn wir das Ganze einschalten, sind dann diese zwei Geräte, wenn wir sie dann auch einschalten, mit Strom versorgt. Am Anfang natürlich immer darauf achten, die Geräte wieder auszuschalten. Ja, weil sonst werdet ihr da sehr, sehr unglücklich werden. Wir schalten den jetzt mal ein. Und er hat keinen Strom. Wieso ist der nicht gepowert? Ich glaube, ich erkenne meinen Fehler. Ja, seht ihr es? Die Pfeilrichtung war falsch. Ich muss natürlich auf die Pfeilrichtung unten achten. Und habe hier das Ding falsch rum aufgebaut. So, jetzt funktioniert das Ganze. Also da einfach gucken. Datenanschluss ist quasi der Eingang vom Strom und dann mit diesem Stromzeichen. Ja, mach den nochmal kurz zu. Dort seht ihr es besser. Der mit dem Stromzeichen ist der Ausgang. Ich hatte es gerade falsch rum, deswegen kann natürlich kein Strom fließen. So, jetzt schalten wir das Ganze hier mal ein. Die Autolace haben wir. Als nächstes natürlich wäre der Elektronikprinter. Interessant. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier Eisen, Gold und Kupfer erst mal. Farmen gehen. Und das dann hier in unserer Föhne jetzt schmelzen. Die können wir natürlich auch noch umdrehen. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Da ich die jetzt ein bisschen bescheuert aufgebaut habe. Wir drehen die jetzt einfach so um, dass wir unseren Strom auf der Seite haben. Genau. Einfach nur so mal kurz gedreht. Dann fällt uns das nicht alles irgendwo hier in der Botanik rum. So, dann geht es ran hier Mining Belt. Ihr habt aber noch, das kann ich euch noch kurz empfehlen. Das müsste man eigentlich schon in der Kapsel haben. Und zwar hier diesen Beacon. Das brauchen wir nachher. Was haben wir hier noch? Small Flag. Alles Mist. Diesen Beacon. Und wir haben ja noch hier, genau bevor ich weglaufe, das wollte ich nämlich auch noch mitnehmen, diese Tracker-Karte. Die nehmen wir auch noch mit. Und dadurch solltet ihr in der Lage sein, eure Base immer wieder zu finden. Also auch bei Nacht. Wenn ihr sagt, ihr geht da mal fahren. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir setzen diesen Beacon mit T hier hin. Setzt du den da wohl hin? So. Können hier einschalten und ausschalten. Dann haben wir natürlich hier unser wunderbares Tablet. Da habe ich jetzt ja die Atmo-Karte drin. Das tausche ich mit der Tracker-Karte aus. Und wenn wir den jetzt einschalten, dann zeigt uns diese Tracker-Karte, das Tablet quasi, an, wo unser Beacon steht und wie weit es dahin noch ist. Also da haben wir so ein bisschen eine grobe Übersicht, wo unsere Basis ist. Natürlich auf die Batterie achten. Ist ja klar, wenn die leer ist, geht das Ding aus. Und ihr habt wieder die Information, die ihr wollt. Aber das ist, denke ich mal, selbstredend. Jetzt werde ich das Ganze einfach so machen, dass ich hier einen Mount, glaube ich. Kann ich einen Mount schon bauen? Einen Containermount. Was brauchen wir dafür? Eisen. Alles klar. Dann hole ich ganz kurz Eisen, weil dann bauen wir uns gleich so zwei, drei Containermounts. Da können wir nämlich die Container hierher ziehen. Und können dadurch schon ein bisschen das Zeug da rein tun. Wieso zieht der mir das nicht in meinen Gürtel rein? Ah, got it. Weil ich den Gürtel hier im Inventar drin hatte und nicht als Belt quasi hinterlegt. Deswegen zieht er mir das nicht gleich in den Gürtel rein. So, dann haben wir gleich ein bisschen Eisen neben dran. Das ist doch immer schön. Ich weiß nicht, welchen Seed ich jetzt benutzt habe. Ich habe einfach irgendwie ein Spiel gestartet. Ihr könnt natürlich auch ein Seed eingeben. Ich glaube sogar, bei meiner Heimatbasis habe ich mit Solution, also mit dem Seed Solution gestartet. Den fand ich eigentlich recht cool. Nicht nur, weil es jetzt mein Name ist, sondern weil man ziemlich viele Ressourcen am Anfang um sich rum hat. Aber je nachdem, wie man das natürlich von der Schwierigkeit her auch möchte. Ich habe jetzt hier einfach nur alles standardmäßig gemacht. Da kommt schon ordentlich was raus hier aus der Vene, ne? Oder Ader, muss man ja sagen. Vene wäre falsch. Weil ich gerade wieder beim Englischen Vene war, deswegen. Das hört gar nicht mehr auf hier, oder? Da ist mal was. Schau sich das mal einer an. Jetzt drehen wir uns mal. Ich gucke halt immer, wenn dann so quasi das dran steht. Jetzt zum Beispiel Eisen. Dann sieht man ja immer gleich, dass da noch Eisen dahinter ist. Hinter der Wand. Hier zum Beispiel hat es mir gerade angezeigt. Immer wenn es hier so rechts so blinkt, wenn ihr es gesehen habt, dann könnte noch was dahinter sein. Also ich arbeite eigentlich immer nur so viele Arbeiten ja mit diesem Mind Detector, also Ohr Detector meine ich. Habe ich jetzt noch nie gemacht. Hier ist mal was. Aber es zeigte mir noch was an. Hat mir gerade noch was angezeigt. Also es ist nicht immer hundertprozentig, ne? Es ist auch so eine... Ihr seht jetzt zum Beispiel, hier hat er mir gerade noch was angezeigt gehabt, aber es ist nichts da. Ist aber auch okay. Gut. So, dann haben wir ein paar Stacks zumindest mal geholt. Das ist doch in Ordnung. Schalten wir das Ganze ein und lassen das Ganze schmelzen. Und Kohle für den Generator wäre auch noch recht nice. Da würde ich sagen, gucken wir mal noch gerade ein bisschen rum. Es wird ja hell. Die Sonne kommt. Ich laufe immer so ein bisschen in eine Richtung, dass ich dann weiß, okay, einfach 180 Grad drehe und komme ich wieder zur Basis. Sagt er und läuft auf einmal in eine ganz andere Richtung. Hier haben wir Kupfer, oder wie das aussieht? Das ist auch noch Kupfer. Ich dachte, das wäre gerade Blei, aber es ist auch noch Kupfer. Nehmen wir das Kupfer nämlich gleich mit. Das sind eigentlich so die grundlegenden Dinge am Anfang. Also Kupfer, Eisen, Kohle. Und wenn es dann natürlich, wenn es dann sich ergibt, dass es gleich im Umkreis ist, auf jeden Fall Gold. Wenn ihr das alles habt, dann seid ihr schon mal sehr gut ausgestattet und könnt dann schon mal so die ersten Schritte machen. Hier ist nochmal was. Ich glaube jetzt gerade, bevor ich das hier aufnehme, habe ich jetzt gerade noch mal die Rakete im Tutorial dazu gemacht. Da muss ich echt sagen, die Rakete, man ist einfach verwöhnt. Es ist wirklich ein Traum mit der Rakete, die einem einfach alles holt. Aber jetzt hier wieder selber mit dem Bohrer quasi unterwegs zu sein und das Zeug abzufarmen, das ist schon wieder eine schöne Erfahrung. Lang ist es her bei mir. So, dann machen wir das Ganze aus. Und hier drüben haben wir noch ein bisschen Kohle. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Wir haben noch drei Stacks frei. Jawohl. Dann nehme ich hier die Kohle auch gleich noch mit. Auch hier ist da nochmal ordentlich Eisen. Das sieht doch ganz cool aus. Ich würde sagen, ein Stack Kohle reicht erst mal am Anfang, dass wir da 50 haben. Weil wir jetzt noch nicht wirklich große Batterien haben, dass wir da irgendwas auffangen können. Und in der Zeit, wo ich hier rumeier, ist meine Furnace an und verbaut Strom. Klug. So, dann will ich hier nämlich noch das Eisen kurz mitnehmen. Ich lasse dann immer so ein Indikator noch stehen, weil es kann ja sein, dass in der Tiefe jetzt noch was ist. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Dass ich einfach nur weiß, okay, da ist Eisen und wenn ich nächstes Mal vorbeikomme, dann gucke ich da auch in die Tiefe. Jetzt muss man das Oberflächliche hier. So, das reicht doch schon. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, dann nehmen wir uns gleich mal hier das nächste rein. Oh, immer diesen Knopf drücken. Da haben wir das Eisen. Das packen wir uns gleich mal in die Autolays rein. Und würde ich sagen, produziere ich mal ein, zwei so Containermounts, dass ich mal zwei Container hier herstellen kann. Dass wir auch die Items, die hier so rumflattern, da ein bisschen rein tun können. Nummer eins. Das packe ich jetzt einfach mal hier vorne hin, wa? So, Nummer zwei. Ist jetzt kein Must-Have, aber ich mache es ganz gerne. Und zwar die, die so ein bisschen leer sind, gerade der gelbe hier, den können wir uns packen. Dann nehmen wir uns einfach die Wrench in die Hand. Vorsicht, dass wir nicht erschlagen werden von dem Ganzen. Power Low, jawohl. Und dann schauen wir Richtung Griff. Das ist immer so eine Schwierigkeit. Da kann es nämlich wirklich sein, dass man das Ding Vollgas vor den Schädel kriegt und dann ist es halt rum, ne? Da geht der Anzug kaputt. Den könnt ihr dann mit dem Klebeband zwar wieder reparieren, aber muss ja nicht sein. So, wir stellen das hier so ein bisschen grob drauf. Nehmen wieder die Wrench und können das Ganze connecten. Ist sogar gleich richtig rum. Ein Traum. So, dann tue ich nämlich mal hier die ganzen Sachen schon rein. So die Sheets und den ganzen Mist. Dass es einigermaßen aufgeräumt ist. Lassen wir das jetzt mal beiseite. Ich muss mich nämlich jetzt hier nebenher noch ein bisschen um die Schmelze kümmern. Na, komm los. Sonst verbraucht die unnötig Strom. So, Solarpanels wären natürlich Snickstick, ist ja klar. Aber so Sachen wie Solarpanels werden höchstwahrscheinlich erst im Electronic Printer genau herstellbar sein. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich an diesen, warum gucke ich jetzt hier, so schnell wie möglich an diesen Electronic Printer rankommen. Und dafür brauchen wir noch Gold. Kupfer haben wir ja schon geholt. Dafür brauchen wir noch Gold. Jetzt ist halt die Frage, wo haben wir hier Gold? Ich fliege dann immer ganz gerne mal ein bisschen hoch. Und gucke, da drüben glänzt irgendwie ein bisschen was. Da hinten, da könnte Gold sein. Schauen wir mal. So, haben wir noch die Taschen ein bisschen voll. Ja, ich habe schon wieder die Fairness angelassen. Das könnte doch Gold sein hier. Ja, da ist noch einiges. Oder was heißt einiges? Aber zumindest mal für unseren Start reicht das Ganze hier. Ja. Und als nächstes dann halt auch gleich die gescheite Fairness bauen. Also nicht die Advanced, sondern diese, na die nächste halt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Müsste ich gucken. So, jetzt graben wir hier nochmal ein bisschen runter. Kohle, Kohle, Kohle. Ich glaube, das war es dann schon. Aber ist okay. Zumindest mal ein bisschen was. Da hinten glitzert noch irgendwas. Und wir rennen wieder zurück. So. Ach, der schmelzt immer noch. Das ist ja gut. Ah, Kupfer dauert ganz schön lange, ne? Kupfer habe ich glaube rein jetzt, ne? So, dann kann ich hier nämlich noch dieses Belöns rein tun. Der ist fertig. Der wirft aus. Dann tun wir hier gleich mal das Gold schmelzen. Ich vergesse, mit diesem Knopf zu drücken. Hm, wie viel habe ich denn hier schon drin? Noch gar nichts. Machen wir den Stack auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, Kupfer haben wir ja hier schon ein bisschen was am Start. Was haben wir denn hier, was wir brauchen? Das portable Zeug brauchen wir alles noch nicht. Dann haben wir hier diese Ventile drin. Sensoren, Diskette, das dann für die Schleuse. Hier haben wir unser Essen und Trinken. Beziehungsweise hier auch noch. Tische und so weiter, Mikrowelle. Aber das brauchen wir alles jetzt nicht. Farben. Ne. Da brauchen wir noch nichts davon. Was sagt jetzt die Batterie? 42% ist noch gut. Wir können hier schon mal den Stack Kohle rein tun. Müsst ihr ja noch nicht bestätigen. Die möchte ich gerne wieder aufmachen. Dass ich die Batterie sehe. Okay, Solarpanel. Ihr seht 13% Effizienz, obwohl es da hinten ist, die Sonne. Also ich finde das Flache von der Effizienz her am Anfang doch noch ein bisschen sinniger. Da muss ich gleich bloß mal überlegen schon, wie ich das Ganze aufbaue. Dass ich hier vielleicht die Autolace herstelle oder wie auch immer. Oder wir stellen es so Rücken an Rücken. Das können wir eigentlich auch machen. Boah, die braucht auch übelst lange, ne? Warte mal, die kann ich ausmachen. Dann schauen wir nämlich hier mal nach der Furnace. Furnace. So, und zwar diese normale Furnace ist das hier, genau. Die können wir in der Autolace schon herstellen. Das ist ja nice. Dann würde ich sagen... Ich gucke in der Autolace nach Autolace. Oh mein Gott. So, Furnace. Was brauchen die? Können wir schon herstellen. Dann machen wir das. Abfahrt. Dann machen wir das doch gleich. Weil die hier ist echt ultra langsam. Bis die hier mal durchschmilzt, das dauert wirklich seine Zeit. Und das ist jetzt nicht gerade förderlich. Können wir mal gucken, was verbraucht die? Die braucht 5 Watt. Also das ist jetzt auch nicht der Redewert. Und die Arc Furnace braucht auch 5 Watt. Also ihr seht, die ist wirklich nur ganz am Anfang kurz das bisschen Eisen zu schmelzen. Ein bisschen Kupfer zu schmelzen. Aber dann auch wirklich zeitnah diese normale Furnace zu bauen. Weil das Ding hier, das ist wirklich ein Kraus. So, und wenn wir diese Furnace dann haben, ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt hier noch Iron Frames hinbaue, das wird hier rausschicken oder wird das später machen. Ich glaube, das machen wir später, ne? Ist sinnvoller. Und die Solarpanel haben wir ja gesagt, müssen wir dann eine Electronic Printer bauen. Ich möchte nochmal schnell schauen, was wir denn brauchen für Batterien. Ähm, jetzt hier so eine normale Batterie auch im Electronic Printer. Na, da brauchen wir dann schon Stahl dafür. Okay. Das passt. Dann schmelzt du gleich mal weiter. Solange die andere noch in Produktion ist, kann die hier auf jeden Fall ein bisschen schmelzen. Hauen wir das Gold hier gleich rein. Wie lange brauchst du noch? So. Die würde ich dann hier hinten mit hinsetzen. Und, ähm, dann haben wir ja den Vorteil, dass wir mit Volatiles und mit Oxide quasi die ganze Sache versorgen können. Und, ähm, natürlich auch drauf achten, dass wir das Gas dann gleich mit auffangen. Deswegen wäre es ganz cool, wenn wir da schon mal nach dem Tank schauen. Einfach nur, um das komplette Gas aufzufangen. Also sprich, noch gar nicht, ähm, auch gar nicht filtrieren und so weiter und so fort. Sondern einfach nur auffangen. Machen wir auch im Hydraulic Pipeband machen wir das. Okay. Okay, okay. Also bräuchten wir da nochmal eine dritte Maschine. Jetzt machen wir aber erstmal den Electronic Printer als nächstes. Und diese Föne ist... Da geht's jetzt richtig nach vorne hier. Das gleich noch rein. Start. Iron. Lass ich mal noch bei mir im Rucksack, weil da haben wir... Na gut. Da haben wir ja so viel hier drin. Dann schmeiß es mit da rein. So, jetzt... Weil die würde ich nämlich dann noch gerne einschweißen. Wenn ich die einschweißen will, muss ich die ungefähr hier hin positionieren, dass ich nahe die Displays auch noch sehe. Deswegen störst du jetzt. Du störst! Ja, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, aber ich mache das Ganze noch ein bisschen länger. Bevor ich da jetzt nochmal eine zweite Folge anfange. Wir ziehen das jetzt einfach mal durch. So... Dann kommt das Ding auf jeden Fall mal weg. Wo habe ich mein Werkzeug? Hier war das drin, ne? So, pack das gleich mal. Und dann tun wir das einfach mal hier mit rein. Dass wir hier die hinbauen können. Wie gesagt, ich habe gesagt, die möchte ich hier so ein bisschen vorgezogen haben. Das heißt, das Kabel da auch noch ganz kurz weg. Jupp. Nehme das Kabel in die Hand. Manchmal hat er echt Probleme ein bisschen mit dem Stacking. So. So sieht das doch, glaub ich, ganz gut aus. Jetzt haben wir nach hinten weg dann unsere Ausgänge, beziehungsweise unsere... Na, sagt's schon. Unsere Anschlüsse für die Rohre. So, Iron Sheets und eine Ranch möchte er. Die haben wir hier. Und die Ranch noch rausgepackt. Einmal montiert. Dann brauchen wir nochmal Iron Sheets und Welding Torch. Und dann steht das ganze Ding schon perfekt. Ein Traum. Dann müssen wir das ganze noch bestromen, oder? Gehört die nicht bestromt? Oder habe ich jetzt den... Ne, die wird der gar nicht bestromt. Wieso sagt er mir dann an, dass die 5 Watt braucht? Weil die arbeitet ja nicht mit Strom. Die arbeitet ja mit Gasen. Aber das schreibt mir hin, 5 Watt. Oder habe ich jetzt den Stromanschluss irgendwo übersehen? Ich habe hier bloß den Datenanschluss. Ja, werden wir gleich sehen. Aber ich meine jetzt nicht, dass die Strom braucht. Wundert mich gerade. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht so klug, was ich gemacht habe. Ah, der ist schon fertig. Gut. Dann war es klug, dass ich das gemacht habe. Jetzt drehen wir den ganzen Automaten um. Ich mache jetzt einfach mal so Rücken an Rücken. Und da brauchen wir wieder Iron Sheets. Natürlich. Na, derlich brauchen wir wieder die Iron Sheets. So, Welding Torch. Welding Torch bist nicht du, das bist du. Kabel Coil. Und Welding Torch Plastik Sheets. Alles klar. Und was braucht er? Einen Screw-Treiber. Also, kannst du das mal bitte hier wegmachen, das Fensterchen? So. Schick. Dann haben wir das Ganze auch schon. Einmal anschließen. Arm, arm, arm. Wie gesagt, den Dateninput braucht er noch nicht hier bei den Geräten. Das macht ja noch keinen Sinn, außer dass er Kabel verschwendet. Deswegen lasst die einfach mal frei. Gut. Jetzt haben wir hier unsere Schmelze. Jetzt brauchen wir natürlich, um diese zu betreiben, Oxide und Volatiles. Hier sollten wir mal gucken, dass wir das langsam mal gechargt kriegen. Und wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit zu schauen. Oh, meine Katze weint. Habt ihr sie gehört? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Solar Panels. Und wir brauchen dafür Gold, Kupfer und Stahl. Stahl schauen wir hier im Stationpedia nach. Den wir einfach Stil eingeben. Und zwar hier Ingot Steel. Und dann sehen wir quasi die Temperatur, die wir brauchen. Die ist ja recht entspannt. Den Druck, den wir brauchen, der auch recht großflächig ist. Und wir brauchen in dem Fall ein Mischungsverhältnis von 3 zu 1. 3 mal Eisen und 1 mal Kohle. Und das werfen wir dann quasi hier alles schön rein. Und dann können wir auch Stahl herstellen. Und wie gesagt, dann diese Solarzelle zu bauen. Die dann aber auch wiederum erst Sinn macht, wenn wir dann auch unser Solartracking dazu bauen können. Aber da würde ich sagen, bevor wir jetzt hier wirklich den Rahmen des Videos sprengen, machen wir jetzt hier einen Cut. Und ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Video weiter. Also ich werde euch so lange begleiten, bis ihr so einigermaßen stabil dasteht in eurer Base. Aber ich denke mal, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wie gesagt, wir haben jetzt schon mal einen Electronic Printer. Wir haben jetzt schon mal diese Furnace am Start. Das ist schon mal recht nice. Ja, ich bin zufrieden. Ihr auch? Wunderbar. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Und wie gesagt, ich werde hier nochmal ein, zwei Tutorials dazu machen. Ihr könnt mir auch gerne noch in die Kommentare irgendwas dazu schreiben. Wenn ihr möchtet, Fragen habt, Anregungen, wie auch immer. Ein Daumen nach oben wäre natürlich super. Und abonniert das Ganze, dass ihr natürlich keine Tutorials weiter verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt gesund und stabil. Euer Solution.